Hallo zusammen, die Mainstream-Medien haben ein neues Thema und sie berieseln uns damit ja intensiv. Und zwar geht es darum, dass die Sonnenstürme das Internet zusammenbrechen lassen könnten. Komisch oder ja eigenartig, davon redet der eine oder andere Verschwörungstheoretiker ja schon länger. Allerdings soll bei denen das Internet aus einem anderen Grund zusammenbrechen. Wir werden sehen, ob es das tut und dann werden wir herausfinden, warum es das getan hat. Auf der Welt haben ja zwei große Weltkriege stattgefunden. Ja, und auf dem Mars, da scheint der erste Marskrieg sich anzubahnen, noch bevor die Menschen dort angekommen sind. Nicht nur, dass sich die neue Generation der US-amerikanischen Westernhelden ja mächtig in der Wolle haben. Hinzu kommt auch noch, dass von ganz woanders her eine Gefahr drohend. Die Chinesen wollen mit ihrer Rakete lange Marsch als erster ankommen. Aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja ein Interesse und sind höchstwahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen. Nachdem Elon Musk, der sich in der brandenburgischen Grünheide mit deutschen Umwelt und ja anderen Beamten herumschlagen muss, einen Sieg über seinen Konkurrenten Jeff Bezos im Kampf um einen Vertrag mit der Nase errungen hat, kommt nun ein weiterer Konkurrent von ihm in arge Bedrängnis. Der Virgin-Chef Richard Brinson ist mit einem Flugverbot belegt worden, nachdem herausgekommen ist, dass bei seinem spektakulären Weltraumflug wohl einiges schiefgelaufen ist und er doch kurz vor einem Absturz stand. Die amerikanischen Flugsicherheitsbehörden haben sich eingeschaltet. Aus unserer Sicht hat im Augenblick der Obercowboy Elon Musk die Nase vorn. Er schwingt seinen 45er am allerbesten. Aber das muss ja nichts heißen. High noon ist noch lange nicht. Außerdem taucht gerade noch ein weiteres Problem auf. Die Pflanzen, die man ja zum Mars mitgenommen hat und dort wachsen lässt, die wachsen wohl doch nicht ganz so gut und üppig, wie man das erwartet hat. Die kosmische Strahlung ist zu groß. Aber das hätte man ja vielleicht auch schon vorher testen können, bevor man große Töne zur Besiedlung unseres Nachbarplaneten verkündet. Ja, und auch auf der Erde ist nicht alles Gold, was glänzt. Die grünen Umweltpolitiker wollen ja die Welt retten und wollen den Deutschen ja einige Steuermilliarden noch dafür mehr aus der Tasche ziehen. Aber wie wir erfahren haben, haben unsere Umweltorganisation und unsere Klimaschützer es nicht mal geschafft, die Ostsee einigermaßen sauber zu halten. Leute, Schuster, bleib bei deinen Leisten, gilt wohl auch in der Umweltpolitik. Bevor es aber wieder mit Volldampf in diese Richtung geht, müssen wir uns noch ab und an mit dem alten Thema Pandemie beschäftigen. Ja, und hier sehen wir, dass die Inzidenzzahlen ja nicht mehr so den Ausschlag geben sollten. Aber sie spielt doch wohl immer noch eine große Rolle. Und da wir in Deutschland eine hohe Inzidenz haben, sind unsere Nachbarn überhaupt nicht amused und verhängen Einreiseverbote, Beschränkungen und ja Restriktionen gegen den lieben, guten Bundesbürger, dem nichts anderes übrig bleibt, als weiterhin tief in die Tasche zu greifen und seine Nachbarn in der EU ja mit finanziellen Mitteln auszustatten und unter die Arme zu greifen. Und hier kommen wir noch mal zu unseren Kommentatoren auf diesem Kanal, die uns dann immer vorwerfen, wir wären eine Minderheit und die Mehrheit würde uns ja wohl verachten und würde ganz anders denken. Ja, da kommen wir zu dem alten Argument, das ihr auch immer anwenden könnt, wenn man euch vorhält, ihr seid nur eine Minderheit. Die Mehrheit in diesem Lande macht das alles mit. Sie zahlt und ja, lässt sich relativ viel gefallen. Und an eben diese Mehrheit, ja, da können wir unseren folgenden Finanztipp richten. Sollte die Kohle knapp werden, dann könnt ihr ja hier mit einsteigen. Es gibt mit Sicherheit gute Verdienstmöglichkeiten. Und bei Erfolg kommt der eine oder andere Schlafmichel hier mit aufs Familienfoto. Für uns andere gilt, wenn die Impfkampagne durch eine Pillenkampagne ersetzt wird, dann fragen wir uns, wie wird das durchgesetzt? Welches G kommt dann? 0G, dann vielleicht das 3P-System? Das wissen wir alles noch nicht. Leute, für uns gilt weiterhin, lasst euch keine Angst machen, fallt nicht in Panik, geht hinaus, zeigt Gesicht. Es finden am Wochenende in vielen Städten. Wieder Demonstrationen und Versammlungen statt. Schließt euch an. Leute, es wird. Wir sehen und hören uns. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.